Kreealogen. Dialog. Der Podcast mit Sarah Iresmang. Im Gespräch mit inspirierenden Gästen. Welche Umgebung braucht es, um neue Ideen entwickeln zu können? Was bereichert den eigenen Schaffensprozess und was kann hinderlich sein? Motivation. Wie gelingt es, dran zu bleiben? Lasst uns gemeinsam in die Welt des heutigen Gastes eintauchen. Liebe Podcast-Hörende, herzlich willkommen zur letzten Folge von Staffel 1. Es war mir ein echtes Vergnügen, an den ersten zehn Folgen zu arbeiten, spannende Gäste und Institutionen kennenzulernen und ins Gespräch zu kommen. Kreealogen, der spatenübergreifende Podcast zu Kreativität und Innovation. Danke an dieser Stelle an meine Gäste, an die Podcast-Hörenden und an alle, die mich unterstützt haben, die mir auf Instagram, Facebook und auf den Podcast-Plattformen oder auf YouTube folgen und Kreealogen positiv bewertet oder weiterempfohlen haben. Denn nur gemeinsam sind Wunder möglich. Davon bin ich überzeugt. Danke für euren Support. Pünktlich am 1. September beginnt Staffel 2 mit vielen spannenden Gästen und Institutionen. Ich wünsche euch einen schönen, kreativen und erholsamen Sommer. Liebe Podcast-Hörende, herzlich willkommen zur letzten Folge von Staffel 1. Mein heutiger Gast ist Dr. Christian Bazant-Hegemark. Er ist eine unglaublich vielseitige Person. Für mich persönlich ist er ein aktiver Netzwerker und Vernetzer. Er ist Künstler, Kurater, Lehrender, Autor, Initiator und oder Mitbegründer von zahlreichen Projekten, die teilweise auch auf YouTube verfügbar sind. Ich werde es in den Show Notes verlinken. Und an dieser Stelle ein paar herausgreifen. Jomo, Joy of Missing Out, das ist ein Diskussions- und Netzwerkprojekt. On Doubt in Creative Processes, das sind Kurzdokumentationen zu Menschen aus der Kreativbranche. Und Danis Welt, ein mehrfach ausgezeichneter YouTube-Kanal für Kinder mit Migrationshintergrund. Und nicht zu vergessen, weil wir hier und heute auch am Podcasten sind, möchte ich selbstverständlich seinen Podcast Kunst und Klischee erwähnen. Christians Karriere begann als Programmierer für das Wiener Studio des US-Konzerns Rockstar Games, dessen Videospielreihe Grand Theft Auto zu den weltweit meistverkauften Computerspielen zählt. Nach sechs Jahren in dieser Branche begann Christian 2006 sein Kunststudium an der Akademie der Bildung Künstler in Wien und machte dort anschließend sein Doktorat zum Thema Gegenwart der Malerei und Digitalkultur. Christian, beginnen wir heute einfach damit, dass du erzählst, welche der vielen Tätigkeitsbereiche, die ich erwähnt habe, für dich als Künstler besonders wichtig sind oder anders gefragt, welche davon Bereiche in dein künstlerisches Kreatives schaffen in besonderem Maße? Gute Frage. Hallo, Malt. Ich kann das gar nicht so leicht auseinander dividieren, glaube ich. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es gibt ja Künstler und Künstlerinnen, wo die so ganz klar einen Strang verfolgen, die in einem Medium bleiben oder die auch innerhalb des Mediums so ganz klar, wo man sieht, vor fünf Jahren waren sie da, jetzt sind sie da sieben Schritte weiter und wo das irgendwie so stringent wirkt. Und bei mir ist das irgendwie von Anfang an nicht so gewesen. Ich habe von Anfang an unterschiedliche Sachen gemacht und deswegen kann ich auf diese Frage nicht so klar antworten. Das ist auch irgendwie manchmal für mich selber ein bisschen eine Frustration oder auch so ein, kann auch eine Selbstwertherausforderung sein, wenn ich mal denke, ja, ich handle mich da in diesem Bereich rum und dann in diesem anderen Bereich und dann in dem und überall geht es dann natürlich immer nur sehr schrittweise und so manchmal ein bisschen zaghaft weiter, weil ich halt dann einige Monate vor allem male und dann auf einmal mache ich einige Monate vor allem Musik und dann gibt es Zeiten, wo ich vor allem schreibe. Und dann im schlimmsten Fall fühlt es sich natürlich dann an wie so Hans Dampf in allen Gassen. Und wenn ich dann sehr weit nach hinten, quasi wenn ich mehrere Schritte mental zurücknehme, dann sehe ich ja Moment, aber es geht ja überall was weiter. Und alle von diesen Sachen sind für mich wichtig und wertvoll. Aber deswegen kann ich jetzt nicht sagen, dass es dieses eine Medium oder diesen einen Prozess geben würde, der mich glücklich macht, sondern es ist die Mischung. Was ich jetzt herausgehört habe, ist, dass du immer quasi geblockt an einem Bereich arbeitest oder in einer Gattung bei dir. Also Musik hast du erwähnt oder Malerei. Das ist schon eine Stringenz, die vorhanden ist. Ja, ich habe es jetzt so dargestellt, aber es war ein bisschen unwahr, muss man sagen, weil es ist tatsächlich dann, es ist schon so, dass ich phasenweise einen wirklich stärkeren Fokus auf einen bestimmten Prozess oder auf ein bestimmtes Medium habe, also so wie ich es vorher gesagt habe. Aber es ist nie so ein ganz purer Fokus auf einen Prozess oder ein Medium. Das letzte Quartal habe ich zum Beispiel annähernd jeden Tag Musik gemacht, aber manchmal nur eine Stunde. Und gemalt habe ich oft fünf, sechs Stunden am Tag. Also so gesehen vermischt sich das. Oder jetzt habe ich, im letzten Quartal habe ich mehrere Vorträge gehalten. Das heißt, auf einmal war dann wieder so eine bestimmte Schreibpraxis dabei, weil ich immer einen Text schreibe, bevor ich den Vortrag mache. Und dann, ja, ist das irgendwie so, eben ich glaube, von außen muss das ein bisschen wirken wie Grauen und Rüben. Ich finde, das wirkt nicht so. Ganz im Gegenteil. Was mich eben fasziniert, ist deine Vielfalt und wie vehement du diese Vielfalt lebst und praktizierst. Das ist auch etwas sehr Außergewöhnliches. In der Vorbereitung für den Podcast habe ich sehr, sehr viel recherchieren dürfen und Formate eben angeschaut, die ich auch eingangs erwähnt habe. Und dann hat man gedacht, wow, so spannend, so vielfältig. Und das muss man ja auch einmal schaffen. Und ich denke, da ist es nur natürlich, dass man dann einmal vielleicht in diesem Prozess mehr verankert ist oder in anderen. Und ja, bewundert das, dass es dann doch zu einem großen Ganzen führt. Ja, also eben, mir ist jetzt gerade eingefallen, dieser YouTube-Kanal On Doubt, also Überzweifel, den, weil du den auch vorher erwähnt hast, zum Beispiel, den habe ich 2017 begonnen. Und ich habe den begonnen aus einem ganz spezifischen Grund, nämlich ich habe vorher jahrelang kuratiert. Einerseits während meiner Dissertation, dann in diesem Kunstraum Moet, den ich auch mitorganisiert habe, und dann in so einer Startup-Galerie. Und dann habe ich so eine Frustration, hat sich größer gemacht in mir, in der Zusammenarbeit mit KünstlerInnen. Irgendwie vor allem in diesem kommerziellen Bereich von einer Startup-Galerie. Und ich habe dann für mich entschieden, dass ich das nicht mehr machen möchte. Und habe dann überlegt, was kann ich eigentlich kuratorisch machen, ohne einen physischen Raum zur Verfügung zu haben. Weil das hatte ich natürlich nicht. Und es war auch klar, dass ich mir das nicht leisten kann. Und dann war auf einmal diese Idee, naja, warum nimmst du nicht einen A-physischen Raum, sowas eben wie YouTube, wo trotzdem eine Plattform ist, wo man Dialoge führen kann, wo man Inhalte präsentieren kann. Und dann war mir auch sofort klar, dass ich dieses Projekt on out, dass das nicht nur bildende Kunst umfassen würde, sondern dass das einen viel weiteren Kreativitätsbegriff nachspüren würde. Und das habe ich am Ende. Ich meine, für mich ist das, ich sage immer, das ist das eigentlich erfolgreichste Projekt, das ich jemals gemacht habe. Weil da gibt es ein Video, ich glaube, das hat über 200.000 Views. Also es ist absurd. Und wenn man sich diese Watch Minutes, was eine der Metriken ist auf YouTube, ich habe sie vergessen, aber ich weiß nicht, ich glaube, es ist über eine Million Watch Minutes in Summe auf dem ganzen Kanal. Und dann denke ich mir, da kann ich mit meiner Malerei natürlich einpacken gehen. Das wird höchstwahrscheinlich nicht passieren, dass mein visuelles Output aus Zeichnung oder Malerei jemals so viel gesehen wird. Stört mich aber auch gar nicht. Ich finde es nur eigentlich sehr witzig, weil für diesen YouTube-Kanal kennt mich natürlich annähernd niemand, sondern das ist ein Projekt, wo andere Leute porträtiert werden. Dennoch jetzt wissen es mehr Hörende. Und was ich halt spannend finde an diesen Formaten, deswegen habe ich sie auch erwähnt, neben deinen vielen anderen, ist, dass sie frei zugänglich sind. Und wie du sagst, wesentlich mehr können sie relativ niederschwellig konsumieren oder anschauen, je nachdem, wie man das interpretiert. Und das finde ich schon spannend. Aber jetzt gehen wir vielleicht zur nächsten Frage. Wobei ich da sehr gerne noch was dazu sagen würde. Bitte! Nämlich, einerseits wollte ich sagen, bei OnDoubt war es so, ich habe das sieben oder acht Monate gemacht und dann ist mir die Luft ausgegangen. Also ich habe das annähernd Vollzeit gemacht. Und das war wirklich sowas, da habe ich nichts anderes gemacht. Nur herumgereist, Videos aufgenommen, geschnitten und danke und dann was aus. Habe seitdem nichts mehr gemacht. Das ist das Erste, was ich sagen wollte. Und das Zweite ist, dass diese Niederschwelligkeit, Niederschwelligkeit, die hat so eine bestimmte Realität. Also das kommt, glaube ich, daher, dass ich mir denke, es ist unglaublich schwer für mich, für andere ist es nicht schwer, für mich ist es unglaublich schwer, aus Content Geld zu machen. Ob das die Malerei ist oder ob das ein YouTube-Kanal ist oder der Podcast, den ich mit der Kevo mache. Wohingegen Content zu machen, ist für mich total einfach. Also das hat auch seine Herausforderungen, wie du weißt, es ist bei uns allen so, aber das fühlt sich mir sehr nahe an. Und das heißt, es ist ein bisschen auch fast schon, wenn ich es jetzt defensiv sage, würde ich sagen, es ist fast schon ein bisschen ein kapitalistisches Aufgeben, das ich auch sehr sympathisch finde, aber das nicht nur positiv ist, wo ich sage, na gut, dann stelle ich es einfach öffentlich zur Verfügung. Dann benutze ich YouTube, jeder kann es sich anschauen oder der Podcast ist natürlich auch gratis. Und einerseits hat das natürlich auch ein bisschen etwas Trauriges, wenn man es nicht schafft, sehr tiefe Inhalte auch zu Geld zu machen. Aber es ist natürlich das, wofür wir uns alle auch ein bisschen kennen, diese fast schon Unfähigkeit, im Kapitalismus sinnvoll Fuß zu fassen mit unserer Kunst oder mit unserer Kreativität. Danke noch einmal für den Impuls. Es ist ein Thema, was, glaube ich, ganz wichtig ist, einfach das klar auszusprechen, zu benennen, weil es omnipräsent ist. Und gerade in dieser Sparte möchte ich aber doch ein bisschen schwenken. Und zwar im Podcast Kreolog erkunden wir, was es braucht, um kreativ und innovativ sein zu können. Welche Umgebung brauchst du, um neue Ideen entwickeln zu können, sprich gut arbeiten zu können? Ich glaube, es ist eine Mischung von Dingen. Einerseits braucht es irgendwie so ein, fast so etwas wie ein Vertrauen, dass es möglich ist, etwas Gutes zu machen. Also nicht etwas ethisch Gutes, das auch, aber so etwas irgendwelchen schwammigen eigenen Qualitätsansprüchen Genüge tut. Und ich glaube, ohne dem Vertrauen ist es ein bisschen schwierig, in die Gänge zu kommen. Das andere ist, glaube ich, so ein bisschen ein Deckergeist oder so ein Forschungs... Ich fühle mich nicht als Forscher überhaupt nicht, aber so ein Interesse, irgendwas zu machen, was man noch nicht kann. Und wo vielleicht, wo man sich denkt, man könnte es hinkriegen, aber es ist nicht ganz klar, ob man es hinkriegt. Eine komplexe Malerei oder eben sowas wie diesen YouTube-Kanal oder beim Podcast. Da geht es uns immer darum, wie wahrscheinlich bei dir auch, kriegt man überhaupt eine Antwort, wenn man irgendwen anschreibt. Das kann etwas sein, was auch frustrierend für mich ist, aber es ist auch etwas, was motivierend ist. Weil manchmal kommt dann die Antwort und manchmal auch von Leuten, wo man es nie erwartet hätte. Genau. Und ein anderer Aspekt ist, glaube ich, Resonanz. Also wenn ich wissen würde, dass nie jemand die Sachen, die ich mache, erfahren kann, weil sie, keine Ahnung, immer am Tag, nachdem sie kreiert wurden, zerstört würden zum Beispiel, dann glaube ich schon, dass ich auch diese kreativen Prozesse machen würde, weil sie haben für mich etwas inhärent Beruhigendes. Aber ich glaube, es wäre trotzdem total anders, weil ich merke, wie frustriert ich bin, wenn ich es gerade in der Bildungskunst oft nicht schaffe, bestimmte Sichtbarkeiten zu kreieren für die Arbeit. Wenn ich weiß, die Ausstellung ist erst in eineinhalb Jahren oder so, wo man das dann sehen wird, dass, glaube ich, andere Leute könnten da total angenehm arbeiten. Für mich ist es eher dann eine Frustration, die ich irgendwie überwinden muss. Ja. Und ich glaube, Vertrauen, nämlich nicht nur das eigene Vertrauen, was ich vorher gesagt habe, sondern auch Vertrauen von meinem Umfeld, nämlich also zum Beispiel von Galerien oder von den Kuratoren, Kuratorinnen, mit denen man zusammenarbeitet, solche Sachen. 2021 erschien deine Monografie Trauma im Verlag Bibliothek der Provinz, anlässlich deiner gleichnamigen Ausstellung im Museum Angerlehner in Thalheim bei Wels. Du sagst in einem Artikel in den Salzburger Nachrichten am 9. Mai 2021 erschienen, Ich empfinde meine Arbeiten als eine Art Angebot, das man verschieden annehmen kann. Sie sollen emotional verbindlich in der Interpretation aber offen sein. Zitat Ende. Wir alle leben in sehr herausfordernden Zeiten und da möchte ich dich fragen, was kann Kunst für dich und wo sind ihre Grenzen? Ich sehe Kunst als so einen multigenerationalen Effort. Etwas, was nicht, Kunst ist offensichtlich etwas, was nicht von einer Person gemacht wird, sondern von sehr vielen und es ist etwas, was gemacht wird, seitdem es unsere Spezies gibt. Ich weiß nicht, ob Spezies das richtige Wort ist, aber du weißt, was ich meine. Und so gesehen ist es so vielfältig, dass Kunst einmal schnell, kann man wahrscheinlich frech sagen, Kunst kann natürlich alles. Und die Definitionen von Was ist Kunst weiten sich ja auch ständig aus. Das heißt, das ist ja auch nicht mehr limitiert darauf, dass es jetzt skulptural ist oder Flachware ist, sondern es gibt ja, allein wenn man sich anschaut, Akademie der Bildung und Künstler in den letzten 20 Jahren wieder die am Institut für Bildende Kunst, diese Ordenariate, die Meisterklassen, wie die ausgeweitet wurden. Irgendwann waren das wahrscheinlich um die 10, jetzt sind es über 20. Das heißt, es ist ein stetiges Aus, das reflektiert ja auch, dass Kunst eben sich ausweitet. Und so gesehen würde ich sagen, Kunst kann schnell einmal alles, unter Anführungszeichen. Und zur selben Zeit finde ich aber auch, weil das klingt jetzt auch fast schon so ein bisschen glorifizierend, wie ich sage, und da muss man eben, glaube ich, auch unbedingt sagen, dass Kunst potenziell vielleicht alles können könnte, aber es natürlich auch ein bisschen ein niederträchtiges System ist, weil es, gerade wenn man sich das kunstgeschichtlich anschaut, es ja überhaupt nicht divers ist. Also überhaupt nicht offen. Also Kunst ist auf einer bestimmten Ebene ungemein offen, gerade zeitgenössischer Kunst, aber inhaltlich offen, aber nicht strukturell offen. Also Kunst ist ja immer noch das, was der weiße Mann macht. Und Feminismus hat in den 50er, 60er Jahren begonnen. Das heißt, wir haben überhaupt keine Menschheitsgeschichte des Feminismus. Und zum Beispiel, und da rede ich noch nicht einmal von anderen Hautfarben, von anderen Kulturen, Ethnien, das heißt, Kunst ist eigentlich auch irgendwie ein Trauerspiel, wenn man es so betrachtet. Und dann denke ich mal, Kunst, wenn ich so betrachte und jetzt mich auf das total einlasse, sage ich, naja, Kunst kann da vielleicht dann nicht besonders viel eigentlich, weil es offensichtlich ein Abbild der Macht ist. Und auch wenn natürlich jede Kultur, jede Ethnie sich kulturell immer betätigt hat, ist das aus unserer westlichen Sicht, würde ich sagen, annähernd unsichtbar. Ganz ein wichtiger Impuls. Und genau in deinen Formaten trägst du dazu bei, die ich vorher erwähnt habe, das zu verändern. Ja, also ich finde es auf jeden Fall in keinster Weise ausreichend. Also ich habe da erst mit der Kewo, mit der ich eben diesen Kunst- und Klischee-Podcast seit 2020 mache, habe ich gesagt, das ist einfach nicht ausreichend, wie wir da Diversität versuchen zu gestalten, weil wir haben eine wirklich schöne Imbalance zugunsten von Nichtmännern als Gästinnen. Das war uns auch von Anfang an voll wichtig, aber man muss schon noch sagen, wir haben da einfach nur weiße Menschen. Also das stimmt nicht zu 100 Prozent, aber es stimmt zu einem viel zu hohen Grad. Und das ist natürlich einfach eigentlich auch unerträglich. Und das heißt, da finde ich, da werden wir unserem Anspruch nicht, tun wir überhaupt nicht genüge oder ich auf jeden Fall meinen nicht. Und deswegen ändern wir das jetzt auch gerade. Aber zur selben Zeit, ich bin irgendwie totaler Verfechter von der Idee, dass man selber das Leben immer ein Stück weit mitdefinieren kann. Aber dann zur selben Zeit, die großen strukturellen Dinge, habe ich das Gefühl, wir sind total machtlos. Also es gibt ja ein Interview von, ich glaube, das war vor einem halben Jahr, wo die Greta Thunberg gesagt hat, dass sie nichts erreicht hat. Und dann denke ich mir, na gut, wenn aber die Greta Thunberg, wo weiß nicht wie viele, wahrscheinlich dutzende Millionen Menschen, durch ihren Antrieb auf die Straßen gegangen sind, international, wenn sie sagt, es hat nicht zu Gesetzesadaptierungen geführt, dann ist gut, dass sie sagt, dass man das so hört. Aber dann frage ich mich, wozu man da überhaupt was versuchen soll. Weil offensichtlich sind die Leute, die die Gesetze machen, die strukturelle Änderungen sehr leicht umsetzen könnten, nicht daran interessiert, sie zu machen. Und da ist natürlich, muss man, finde ich, auch sagen, Kunst eins der machtlosesten Systeme überhaupt. Es hat einfach, es kann, also ich frage mich das oft, ob Kunst irgendwas anderes kann, außer Oberflächeneffekte darstellen. Egal, ob das jetzt Performance ist oder Malerei oder Film, was auch immer, welches Medium. Lassen wir das einmal vielleicht als ganz große Frage im Raum stehen und vielleicht fällt uns noch was ein oder auch für die Hörenden einfach zum Mitdenken und vielleicht bekommen wir Antworten dazu. Was braucht es für dich? Wir haben jetzt einiges schon erwähnt, die Frustration, auch Resignation, aber auch diese Freude am Prozess, um an all deinen Projekten trotzdem dran zu bleiben. Was motiviert und inspiriert dich? Also ich habe tatsächlich das Gefühl, ich meine, das klingt jetzt wahrscheinlich dann ein bisschen egoistisch, aber vielleicht muss man es auch so sagen, also wir machen die Dinge ja, weil wir sie machen wollen, nicht weil, ich glaube, wenn man sagt, man macht es aus irgendwelchen anderen Gründen, ich weiß nicht, ob das dann wirklich so ehrlich ist, aber ich habe das Gefühl, wenn ich nichts mache, dann ist das ein bisschen traurig, mein Leben, muss ich gestehen. Und wenn ich aber schon Sachen mache, also wenn ich Prozesse verfolge, die meine Aufmerksamkeit benötigen, das heißt, deswegen sind das meistens auch ein bisschen für mich komplexere Prozesse, also eben einen YouTube-Kanal kreieren, wo man für alle Dinge zuständig ist, für den Schnitt und für die Tontechnik und übt mal das Lernen, wie macht man Videoschnitt oder eben bestimmte komplexere malerische Kompositionen, dann fesselt das meine Aufmerksamkeit, frustriert mich natürlich auch, weil ständig irgendwas nicht funktioniert, aber ich habe das Gefühl, einer der Gründe, warum ich eben Dinge mache, ist wirklich deswegen, damit da irgendein Fokus ist. Und es ist, finde ich, oft so ein total romantisiertes Narrativ, dem ich eigentlich lieber mich entgegenstelle, also dieses Narrativ, dass die Kunst kreierende Person macht es aus einem inneren, wo der Drang irgendwie so, also aus einem inneren Drang heraus, wo der so eine Romantisierung hat. Und für mich ist es, ich weiß nicht, ob, also für mich stimmt das irgendwie nicht. Mich interessiert schon manchmal, wie könnte ein Bild aussehen, das diese Eigenschaften hat. Und weil mich das so interessiert, mache ich dann eine Serie von solchen Bildern. Das passiert aber, und da könnte man jetzt sagen, das ist vielleicht ein bisschen ein ästhetisches Interesse oder vielleicht jetzt auch ein inhaltliches Interesse, aber am Ende, glaube ich, am allerersten mache ich die Sachen, die ich mache, weil die Alternative sein könnte, nichts zu tun. Und das ist für mich eigentlich, das ist für mich nicht gut. Also da wäre ich dann eher trübsinnig. Deine Karriere begann als Programmierer für das Wiener Studio des US-Konzerns Rockstar Games. Wie war es für dich, dort zu arbeiten und wie hast du den Unterschied zur Kunstwelt wahrgenommen? Gibt es Ähnlichkeiten, Unterschiede? Ich habe erst vor einem Monat auf der Angewandten einen Vortrag gehalten zu dem Thema. So, was können diese beiden Branchen, also die Videospielbranche und die bildende Kunst gegenseitig lernen möglicherweise. Also einerseits, genau, ich habe da sechs Jahre programmiert und habe da mit 26 die Aufnahmeprüfung geschafft auf die Akademie der Bildenden Künste beim Gunter Damisch und der Veronika Dierenhofer. Und ich habe die bildende Kunstbranche mit der Zeit immer mehr als eine unglaublich verschlossene und intransparente Branche begonnen zu erleben und empfinde das heute noch mehr denn je so. Also es ist so, da ist so ein Satz, den ich oft sage, dass es in der bildenden Kunst zum Beispiel annähernd keine Konferenzen zum Wissensaustausch gibt oder es gibt auch nicht wirklich so explizite Netzwerktreffen. Es ist sogar eher so, dass sowas wie Netzwerken so diese verpönte Aura hat. Und in der Videospielbranche war ich, in diesen sechs Jahren war ich auf Konferenzen, wo die größte heißt GDC, Game Developers Conference, die findet jedes Jahr in Amerika statt. Und da sind ungefähr 30.000 Leute an einem Ort für eine Woche. Und das sind Vorträge über jegliche Sub-Sparte, die notwendig ist, um ein Spiel zu machen. Also Geldakquise, Projektmanagement, Audioprogrammierung, Videoprogrammierung, künstliche Intelligenzprogrammierung, 3D-Modellierung, 3D-Animation, und 2D-Pixelierung, Sounddesign, es hört nicht auf. Und das ist nicht eine Person, die dann zu einem Thema spricht, sondern es kann sein, dass zu einem Thema 40 Personen in dieser Woche sprechen. Das heißt, das ist ein Überangebot, das man sich nicht vorstellen kann und natürlich gemischt damit, dass es noch eigene, fast so zeitliche Spaces gibt, wo man hingehen kann, um andere Leute kennenzulernen. Also das Besitzende-Visitenkarte wird wirklich vorausgesetzt. Und das ist ja, würde ich sagen, für Leute, die auf einer Kunstuni absolviert haben, eher, vielleicht, ich weiß nicht, ob es verpönt ist, aber zumindest fragwürdig, ob das nicht schon ein bisschen zu marktangepasst ist. Und genau, das heißt, Wissenstransfer, finde ich, findet bei uns nicht so wirklich statt in der Bildenden Kunst. Natürlich gibt es Unis, aber gerade die fokussieren sich ja auch wieder eigentlich vor allem auf das, was im künstlerischen Prozess stattfindet, aber reden dabei überhaupt nicht über Kreativitätsstrategien, sondern haben da eine sehr romantisierte und meiner Meinung nach absolut veraltete und unausreichende Sicht auf Kreativität. Kreativität ist ja erneut wieder ein Wort, das man nicht eigentlich zu benutzen hat. Wir machen ja Kunst und darüber muss ich dann natürlich lachen. Genau, und so etwas wie über die Berufsrealitäten wird ja auf Kunstuni ist auch nicht gesprochen und das, ja, da habe ich einfach diese Videospielbranche ganz anders erlebt. Da ist ein ganz klares Commitment zu, hier wird ein Produkt hergestellt, da geht es auch um Serviceleistungen gegenüber den Kunden und Kundinnen. Produkte kosten etwas, Dienstleistungen kosten etwas, das ist okay. Man darf auch Rabatte geben, man darf auch bewerben, also Dinge, die in der Bildenden Kunst Galerien können, in Topmagazinen bewerben. Aber ein Künstler, eine Künstlerin hat das natürlich nicht zu machen, das wäre sehr lächerlich eigentlich, wenn man das tun würde. Und Rabatte sind natürlich etwas, was in der Bildenden Kunst grundfalsch ist. Also auch sehr absurd. Und ja, da könnte man ganz viel voneinander lernen. Ja. Das Ganze ist ein großes Feld. Es ist ein bisschen ein roter Faden auch jetzt drinnen, was die Thematik des Geldes betrifft, beziehungsweise nicht des Geldes direkt, aber schon auch, sondern der Wertigkeit insgesamt. Und ich frage mich halt auch, ob das wirklich spezifisch in Österreich ist, nicht an anderen Universitäten, ich denke jetzt Richtung London hin oder Amerika. Ich glaube, dass die schon ein bisschen anders noch ausgerichtet sind. Ja, also das ist eh super, dass du das sagst, weil ich habe das jetzt gerade so vorher formuliert, als ob es ein Grundfehler ist, abseits vom Kapitalismus agieren zu wollen. Und das finde ich nicht, sondern das hat natürlich auch unglaubliche Vorteile, aber das ist inhärent auch gut. Daran ist bis zu einem gewissen Grad nichts auszusetzen. Es ist für mich erst dann problematisch, wenn man ja doch weiß, dass Leute, wenn man es jetzt auf Kunstuni spezifiziert, dass sie die Leute danach im Schnitt eigentlich gerne Kunst machen wollen. Und das wird natürlich unrealistisch, wenn man keine Ahnung hat, von den kapitalistischen Strukturen einer Kunstwelt. Und eben zum Beispiel konkret, wenn man sich Amerika hernimmt, dann ist das, man kann das fast gar nicht vergleichen mit unserer Welt, weil wir zum Beispiel fürs Studieren eigentlich nicht zahlen müssen. Und damit haben wir natürlich eine andere Betreuungsqualität. Auf Kunstuni ist das eh noch super, weil da natürlich auch das große Problem eine unglaubliche Verknappung da ist, dadurch, dass die ja nur unglaublich wenig Leute aufnehmen. Daher hat man ja auf Kunstuni eine sehr gute Betreuungsqualität, aber auf Nicht-Kunstunis ist das ja teilweise ein Horror. Aber in Amerika müssen die natürlich auch auf Kunstunis anders andere Handwerker einem beibringen, weil du nachher einen Kredit abzuzahlen hast, wo du bei uns wahrscheinlich schon eine Eigentumswohnung kaufen könntest oder ich weiß es nicht. Aber das heißt, ich möchte auf jeden Fall nicht sagen, in Amerika ist es besser, weil sie sich um den Markt kümmern. Ich glaube, es ist dort eine Sadness und es ist hier eine Sadness. Wir gehen wieder ganz bewusst zurück zu dir, Christian, und zu deiner künstlerischen Arbeit, aber auch zu all deinen anderen Formaten. Und ich frage mich, wie du es schaffst, an all diesen Prozessen dran zu bleiben. Von außen wirkt das so, oder wahrscheinlich mit genug Abstand betrachtet, wirkt es so, als ob ich da dauernd dranbleiben würde, aber ich tue es natürlich nicht, weil ich verliere dann auch den Faden oder die Motivation. Also so ein perfektes Beispiel ist das Handbook for Emerging Artists. Das habe ich, ich glaube ich, 2017, 2018 überlegt, wie ich das machen könnte und habe dann 2019 die Struktur dafür fertig gehabt. Und das war jetzt nicht besonders viel Zeit, die ich da investiert hätte, das war einfach nur etwas, was im Hintergrund gelaufen ist. Wie könnte ich das machen? Nämlich das Berufsfeld für bildende KünstlerInnen so aufbereiten, dass es nachvollziehbar ist und bedeutend smarter und inhaltlich richtiger als die bestehende Literatur. Und ich habe da, ich weiß es jetzt gar nicht mehr, wahrscheinlich ein halbes Jahr ungefähr 2019 einen sehr starken Fokus gehabt auf die, also aufs Schreiben. Ich bin da jeden Tag gesessen und seit 2019 bin ich wahrscheinlich in Summe keine drei Wochen dran gesessen. Das heißt, das ist ein Projekt, da habe ich 40, 50 Kapitel auf meiner Webseite online, die kann man sich gratis ohne Werbung durchlesen. Ich habe noch einmal, ich glaube, mehr als das Doppelte an Inhalt im Manuskript und damit sind es auch immer nicht natürlich das Berufsfeld durchgehend beschrieben, sondern das habe ich jetzt für mich irgendwann akzeptiert, dass das einfach ein bisschen vielleicht so ein Lifetime-Project ist. Und da wird es dann Phasen geben, wo ich auf einmal mitdenke, naja, da muss jetzt, da habe ich jetzt den Raum weiter zu schreiben, da wird es Phasen geben, wo ich das nicht habe, weil gerade für dieses, es gibt so bestimmte Tätigkeiten, für mich persönlich ist es das Zeichnen, selbst wenn ich nur eine Viertelstunde habe, kann ich bei einer Zeichnung weiterarbeiten. Stimmt nicht bei jeder Zeichnung, aber es geht. Bei Malerei, wenn es weniger als eine Stunde ist, macht das für mich meistens keinen Sinn, weil ich da irgendwie eine andere, mich anders darauf einlassen muss. Und bei Schreiben ist es so, in Wirklichkeit brauche ich einen halben Tag, wenn ich den nicht habe, also bei komplexeren Inhalten, wenn ich den nicht habe, bin ich nur frustriert. Das heißt, ich muss einfach schauen, dass da bestimmte zeitliche Bedingungen da sind und oft sind die halt nicht gegeben. Wie kommst du zu deinen Themen und wie entscheidest du sie formal umzusetzen? Du hast jetzt eben gerade erzählt, dass du einmal schreibst, einmal malst und wie zeitliche Faktoren eine wichtige Rolle spielen. Und mich würde auch interessieren, in diesem Zusammenhang, ist die Improvisation auch ein wichtiger Faktor für dich beim Arbeiten? Ja, also wie ich es entscheide, ich habe das Gefühl, das ist gar nicht so sehr unbedingt eine bewusste Entscheidung, sondern die bewusste Entscheidung ist, die steht oft am Ende von einem, also da ist eine Entscheidung, ah, ich werde jetzt mehr malen zum Beispiel oder ich werde jetzt in dieser Serie vier neue Arbeiten machen, aber es ist fast nie so, dass, also selbst wenn ich mir sowas oft vornehme, ist das nicht der Grund, warum es dann passiert, sondern es ist eher so, weil ich wieder mehr Zeit im Atelier verbringe, habe ich wieder ein größeres Interesse, die nächste Leinwand aufzuspannen, jetzt spanne ich vier Leinwände heute auf und aus dem heraus ergibt sich das dann, dass ich wahrscheinlich auch wirklich diese Bilder mache, aber es gibt so viele unfertige jetzt Malereien oder beim YouTube-Kanal, ich habe sicher über zehn Interviews, die einfach ungeschnitten auf meinen Festplatten sind und mache Leute, die da jetzt vielleicht zuhören werden, werden das auch wissen, weil ich mich mit denen getroffen habe und wir viel Zeit investiert haben, aber es am Ende kein Resultat gibt, dass man öffentlich hören kann. Das heißt, ja, irgendwie das ergibt sich so. Ich habe es auch nicht ganz verstanden. Manchmal gibt es natürlich äußere Einflüsse, zum Beispiel, wenn ich jetzt am Wochenende bin ich bei einem Symposium in Milchstadt, da habe ich zwei Vorträge zu halten. Na gut, dadurch, dass da eine Deadline ist, muss ich das einfach vorher irgendwie reinkriegen. Du hast einige diskursive Formate gegründet oder mitgegründet und bist erfolgreicher Podcaster. Welche Personen in deinem Bereich und anderen Fachgebieten inspirieren dich und warum tun sie das? Hm, ja, das ist irgendwie schwierig. Das kann ich nicht so leicht sagen, weil man hat natürlich immer so schnell so bekannte Leute, so Vorbilder und ich weiß nicht, wer irgendein Gast bei uns im Podcast, ich glaube, es war die Marlenes Tareorowicz, aber ich bin mir nicht sicher, hat darüber geredet, eigentlich wie schwierig das auch ist, so Vorbilder zu haben. Und deswegen, vielleicht versuche ich gerade momentan eher, das nicht zu haben. Also es gibt natürlich dann bestimmte Leute, die Malerei machen, wo ich mir denke, boah, das ist schon ziemlich genial, was die tun oder getan haben. Oder in jedem Medium gibt es das Musik und innerhalb von Musik für unterschiedliche Sparten der Musik und in der Literatur etc. Ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, es irgendwie bringt es einem auch, es ist auch so gemütlich, Vorbilder zu haben, weil man damit auch dann bis zu einem gewissen Grad dann das Gefühl haben kann, dass man selber eh auch nicht dorthin kommen kann. Was meistens auch stimmt, weil andere Leute ja ganz andere Ausgangsbedingungen haben, ganz andere ästhetische Ziele verfolgen und Prozesse verfolgen. Und vielleicht ist es mir dann fast wichtiger, drauf zu kommen oder mich immer wieder drauf zu besinnen, dass ich ja hier selber auch was machen möchte und dann vielleicht das einmal fokussieren möchte, weil ich finde, es ist in der heutigen Welt so leicht, abgelenkt zu sein. Ich kann, ich meine, ich habe zu Beginn gesagt, dass es für mich ganz wichtig ist, was zu tun zu haben. Aber zur selben, und das stimmt auch, aber zur selben Zeit ist es auch unglaublich schwierig, in die Gänge zu kommen, weil du kannst ständig noch ein YouTube-Video anschauen oder noch einen Zeitungsartikel oder was auch immer lesen. Also so gesehen, vielleicht ist es ein bisschen eine schiefe Antwort, aber vielleicht ist es, ja, vielleicht sie ist momentan so. Vielleicht anders gefragt oder eine neue Frage. Gibt es Bücher oder Zitate, die dich schon lange begleiten? Also ich sage, ich sage eine Person, das ist ein bisschen pathetisch, aber ich finde, mein Patenkind, die Lilo, die ist jetzt 16, die ist natürlich komplett unbekannt, aber die ist ein super Mensch und der verbringe ich unglaublich gerne Zeit und sie verbringt auch mit mir zum Glück sehr gerne Zeit und irgendwie habe ich das Gefühl, wenn es Leute gibt, die in so einem jungen Alter schon so eine Checkung haben von unterschiedlichen Dingen, dann ist das wahrscheinlich gut und vielleicht kann ich natürlich nicht wissen, was aus ihr wird, was sie machen wird, aber ich glaube, ja, ich beantworte es so. Wow, total schön. Liebe Lilo, ganz herzliche Grüße von mir und zum Schluss von Kreologen bitte ich dich, den Satz zu vervollständigen, Kreativität ist für mich. Kreativität ist für mich nicht aufzuhören, zu versuchen. Also weitermachen und schauen, was rauskommt, weil ich habe das Gefühl, gerade in der Kunst, es wird so oft übersehen, dass unglaublich viele Leute, mit denen man vielleicht auch mal studiert hat, eigentlich mittlerweile gehen ihren künstlerischen Prozessen oft nicht mehr nach und eben zu sagen, ich versuche es trotzdem wieder, das scheint mir eine der wichtigsten Dinge, also nicht aufzuhören, Kunst zu machen. Herzlichen Dank für das Gespräch. Danke. Liebe Podcast-Kreologen-Hörende, Kreologen freut sich über deine Unterstützung. Die Produktion eines Podcasts ist ein wunderschöner, kreativer Prozess, aber auch eine sehr zeitintensive Arbeit. Darum freue ich mich über deine Unterstützung. Wie kannst du mich und meine Arbeit unterstützen? Ich freue mich über positive Bewertungen und Rezensionen auf deiner Podcast-Plattform. Wenn dir der Podcast gefällt, das kostet dich nicht mehr als ein paar Minuten Zeit und hilft mir und dem Podcast, mehr Hörerinnen zu erreichen und zu wachsen. Gemeinsam schaffen wir so mehr Raum für Kreativität und Innovation. Du hast ein Unternehmen, eine Firma oder ein Start-up und möchtest gerne eine Werbeeinschaltung vornehmen? Wende dich an kreologen.at Die dritte Möglichkeit ist meine Arbeit finanziell mit einem kleinen Beitrag in individueller Höhe zu unterstützen. Darüber würde ich mich sehr freuen. Jeder noch so kleine Beitrag hilft. Herzlichen Dank. Alle Informationen findest du in den Shownotes und auf meiner Website. Kreologen Schön, dass du heute dabei warst. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann teile ihn gerne mit Freunden. Über positive Bewertungen würde ich mich sehr freuen. Du hast spannende Ideen, Anregungen und Impulse. Schreib mir doch auf Instagram oder direkt an kreologen.at Saraman.at Schreib mir doch auf Instagram.at 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 Schreib doch auf Instagram.at